Ja, liebe Leute, wir sind schon mal direkt im Spiel. Willkommen erstmal zur nächsten Folge von Skills Special Force 2, Folge 16. Falls ihr euch fragt, was macht ihr da? Wie so seid ihr schon drin? Ja, das liegt daran, weil wir in Feld hatten, wir haben aus der Sünde Windows und ausgemacht, deswegen haben wir gedacht, wo ist Tonalter? Da muss ich gemerkt. Oh, das ist aber... Ich muss gleich mal ein bisschen leichter machen. Oh ja. Ne, im Spiel. Ach so, stimmt, ja. Oh, ach so, die Leute waren. Ich stirb alle. Komm, ich gebe dir ein bisschen Nahkampf, den kann ich nicht besser. Ich gehe am besten in meine Inknall-Ecke, dann macht es mir schon wieder leiser. Was habe ich denn da drauf zu tun? Umgebung und Ton-Effekt auf Dich sehen. Oh, das ist ein bisschen lauter, können wir machen, die Stimmen. Wir müssen, wir müssen... Wir müssen sowieso mal... Was macht der denn? Trägen-Türk, äh, Drachen-Türk. Wir müssen sowieso mal leider stellen, weil die Stimme immer, wenn da jemand redet, mit diesem Angriff, ist viel zu laut. Oh nein. Oh nein. Ein Chinesischer Hälger geschützt du. Ich jetzt Alex. Ich jetzt... Smordi. Ich kann mir jetzt eine Waffe kaufen, mache ich euch. Schön finde ich. Dann Feindkontakt, will ich mal. man kann aber nicht zu 10.000 Dollar haben hier oder die 500 Dollar ich weiß nicht Skorpion Markus hat gesagt die wäre gut was Markus sagt ich weiß ja noch ein Job das ist unser Geschütz es gibt ja was anderes in den Job wahrscheinlich nicht nötig Skorpion mag ich muss ich sagen aber macht nicht andere andere machen das heißt es ist schade dass man sich wenn man nicht ich bin ich habe ich bin ich bin ich bin Oh mein Gott wer ist da weil die anderen Montag die Töten die leute die töten ja und auch im Montag oder konnte werden das war unseren Riesenboss an die Euro immer noch Skorpion das finde ich gut man die Waffen behält um bisher an der Modus nicht so und auch ziemlich bunt muss man sagen im Klick und was für mich kaputt alles zum Beispiel nein 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 nicht 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 nein 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 auch wirklich der Tüttel 3 doch noch 3 4 sie sagt auf Orgel führen sie lebt aber noch 450 Schöpfhausen aber schade finde ich es wird aber dann im Endeffekt heute ich bin ich etwas schade und es geht hier hat nur eingetötet neue Erster wir sind so schlecht er war für drei Sprung besser Keralt sucht er irgendwo kommt hier drückt 4 das war der Tobias ob man die laufen da alle hin das ist gut aber nicht heute ins Wort noch nicht das ist und so laut ist Köln ist ja leise auch er ist aber nicht anders 20 Euro und wir haben immer ja da ich gebe stück nicht noch mal in die Schuss die Kinder gemacht kaputt und ich schleiche vorbei Dankeschön ich habe immer gut alle aus ich habe fahrrad türkendrache was dann haben wir überhaupt ein paar Städte schon gefälscht Belohnung Level ab sieg ja ein Liedergang Warte mal Taka Taka steht er was ist Tötet alle Feinde das gilt erhöhen und klar SP erhalten ich schaue mal was es für Waffen gibt jetzt noch glaubst du wir kriegen die SP am Ende was da oben steht in SP-Form oder XP-Form weiß ich nicht was ist sie da kommen in die rp g7 m die rp g7 ja die nehm ich jetzt noch mal eh geh noch mal zurück geh noch mal zurück geh mal hin und drück mal nochmal eh ich möchte mal schauen ob wir jetzt die andere Waffe auch noch auswählen können ne ok er war jedes Mal das Geld loswerden und nicht mehr kaum also mit der Kalaschnikow da kenne ich mich schon aus wie ich eben gesagt habe das habe ich die jetzt genommen und die, die macht extrem viel Schaden das finde ich gut an der ich schiefe nur daneben was oh ich weiß halt nur nicht wenn die da überall stehen ob ich ich muss nachladen ich muss einfach ich treffe noch die ganze Zeit der Dragontirps ist das nächste Opfer wir haben wir haben 7-7-0 5 Mal gestorben Statistik 7-7-0 ich weiß Mensch was bedeutet was ist der da eigentlich ich hab 50 Punkte nur hä ich hab doch irgendwie viel mehr ach das ist unser Turm da ok unser Crafting aber die kann man wahrscheinlich nicht so einfach ähm abschießen ich hab mich auf A und D konnte Lager Leil das ist doch schöner Ausblick oder so sagt er auch ganz nur was bei all die kaufen dort oben hier und 70 Prozent der Mann in der Nacht wenn es ist man gar nicht ich gehe erstmal mit der Kalaschie haben wir noch nicht gefeiert und um was zu zeigen muss man sagen ich glaube es ist irgendwie oder ist er ja ich helf dir nur ein bisschen komm leute mann ah, noch ein paar Kopfschüsse aber hat nicht geholfen wo sieht man eigentlich die Levelanzerweiter? da oben bei den Typen sieht man wie weit die sind bis die halt das nicht Level haben wo steht das bei uns? das ist unfair das wird nicht mehr unendlich der Waffen, wird noch nur 60 Munition wir haben unendlich die Kanaten einfach zu kaufmühen das ist kein Niemlichstum kannst du dir? die tut sich da nur, die die Kürzungen alle 50 oder Ton, Pädoyer ja, komm mach einmal nein, du hast nur einen, pro Pyrotechnik fest die Welt noch nicht müssen natürlich müssen wir anlegen wo hinwerfen ist die Finschgut dies auch gut aber eben pro Pyrotechnik aller hier das ist ein guter Stadion so wert aber Lern um ein Kürziger bestellen ja alle alle wo auch allein ist ihr macht mal kaputt ja alles kacke nicht kapiert wie der Modus so richtig geht oder wie er alle meinen Gäste und macht die Scheiße doch mal ab ja sie mich sofort hallo hallo heute haben wir jetzt haben wir diesen Start die anderen sind irgendwie besser als das ist das für die Waffe alle wir müssen aufkaufen 2.000 Euro du kannst hier übrigens glaub ich auch mehrere um Granaten holen weil er hat er verschiedene Farben ja ich will ich will die Furze nur 500 denkt an die Granate zu benutzen ich gehe mal die andere Richtung wir haben mir glaube ich noch gar nicht ja hier sieht er genau so aus ihr seid so vor Ort kommen aber er hat er hat mir richtig und da da wirst du gekloppt wenn du da hinschiebt doch weit von oben um die leute und egal öfters als ich und deshalb haben die auch noch nicht drucker wird weil weil ich bin einmal verstorben du hast der meisten Leben ich glaube ja weiß ich nicht das heißt es noch was es ist das steht Faust und Schutz weil ich habe eigentlich sehr gut wenn man noch nicht ist du bist du schuld weil du sagst du stirbst siehst du da jetzt plus 70 Prozent oder so haben wir noch zwölf naja egal heißt irgendwas ja denkt an die Kanade zu benutzen der Wäsche sind wenn sie hoffen obwohl jetzt ist es noch die Kanade kommt bitte Gott 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 ich hoffe dass wir nur einmal kaufen können naja ich habe genug Geld kommt mir noch mal Halt das Maul komm da lass ich abschieben hallo aber nicht jetzt machen ein schlechter Oh mein Gott das ist wieder das eklische Teil was steht hier 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 oh da oben ist übrigens immer noch die Leiste voll ich weiß nicht was es zu bedeuten hat das ist das 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 doch das doch und die an das besitzen wo ist jetzt auch schon der alte er hat das wird ob du musst ja ich werde umgebracht schweiz von diesen blöden geschützt jetzt hätte man die Granate nehmen können von der Seite dann angreifen andere geschützt es schießt rückwärts alle einfach soviert sich nicht jetzt kann es sein doch ich mache mir wohl das sind schätze zerstört ganz gut bei allen oder auf einmal erster so ein Turm muss man da oben zu dem Boss gehen also jetzt nach rechts oder nie jetzt genau da drin da werden die andere Seite da war doch da ist doch so ein Portal gewesen ja irgendwo ist ein Portal ich weiß ich dachte ihr seid bei uns ich dachte ihr seid bei uns der war zu blau ja ach fast 40 Sekunden mehr was das ist lange aber zum Glück sterb ich jetzt nicht so schnell das ist fair muss man sagen und das man so lebt also ich glaube ich bin ich bin ich bin wir sollten wir bekommen als erster dann wieder raus ziel wir müssen unbedingt zu dem Boss gehen ich weiß jetzt war nicht wann die Berunde jetzt vorbei ist es sieht noch ganz gut für beide Mannschaften ja wir müssen noch spielen hat noch 30 Minuten wir müssen zu diesem Zombie gehen dann geht oben die Leistung weg Team Blaulinie B du hast Alex weiter zu Angriffsunterstützung angefangen wir müssen das Monster suchen und das zerstören Alter du beamst dich jetzt nicht weg ich hasse dich ach scheiße ja kümmert euch um die scheißdinge die ko- beide äh 30 30 Euro sag ich jetzt mal links da links ist glaube ich äh Testbo komm wir wagen ähm oh das wär jemand aber einer ist nicht mehr richtig tief ach das ist nicht so oder ja wir müssen beide beide müssen nicht mehr komm tun wir ein bisschen Schaden zu füllen komm wir unterstützen den einfach wir killen den anderen einfach nicht doch die mich auch killen das Arschloch ich will beide killen das ist ja total ich weiß aber es hat sich nichts getan ja aber warum also beide sind neutral ich dachte es gibt einen roten nein ne was ist immer noch laut was der denn zuerst holst oder so verstehen wir uns auch nicht anders aber naja Hauptsache man bekommt Geld und man kann den Leuten tun ne dann werde ich gespielt aber auch beenden und ich hab nur das so damit bin ich eigentlich gar nicht mehr so schlicht Leute die schlicht weil du die Geschichten zerstört hast so Ruhe Lahn-Ali Entschuldigung wenn ich etwas wenig äh nicht so viel Rede wie sonst aber ich versuche mich hier ein bisschen äh reinzubringen so ein bisschen ganz zu drehen halt hey da da der Fazit was gespielt mach ich ja gerne tschüss nein wir haben schon die Hälfte des maximal sag ich mal erreichbaren äh Dingsbums ach ihr seid nicht bei uns komm du stirrst doch endlich man wie viel Leben hat der denn Level 15 alter gerne besser hier raus ja ich gehe ganz schnell hier raus das ist grausam ich bring dich noch um mittlerweile habe ich ziemlich ähm ziemlich sag ich mal gute total komm schon komm ich versuch's nochmal alles well gibt's andere Portal vielleicht passiert ja irgendwas ähm das sollte aber nicht so sein oder alles oder nichts ist jetzt die Quest was auch immer die bedeutet ach ach wahrscheinlich ist der rausgekommen oder so ich weiß es nicht nee der hat der andere getötet der hat ja auch ganz wenig Leben noch gehabt was ist eigentlich unter unserem Level ach die Levelanzahl oh die anderen sind Level 20 ja cheater oh wen schießen ja dann bleiben wir mal hinten in der Verteidigung am besten ja ihr macht das Ding hier Leute ich mach so komische Geräusche ja ich geh einfach mal da zum Punkt das hat ja was bestimmt mit der Quest zu tun noch 100 Typ schreibt jemand in den Chat ich glaub das ist hier eher so ne türkische Runde da hat Fatih auch vorhin was beschrieben ja das sind hier die gröner boys ist schon wahr ich hab nichts gegen Türken aber ja was ist das willst du mich verarschen ich will doch nur zu diesem Scheißpunkt nur sehen was da ist und schon muss ich wieder 40 Sekunden warten ja Prost hier aha ich hoffe die geht nicht noch 30 Minuten weil dann haben wir ein Problem ich mein EP gibt wahrscheinlich eh nicht so viel weil du hast die letzte Runde auch eigentlich gar nicht schlecht gemacht und dafür gab es 150 das ist eher so ein Spaßmodus aber ich will den natürlich es wäre schon geil wenn ich den zu Ende spielen könnte das muss er jetzt langsam vorbeigehen so 10 Minuten gehen ruhig noch aber länger nicht eigentlich wenn man ehrlich ist ich weiß es war nicht warum die anderen warum das da warte mal hoffs das geht ich freu so ein Schlag dann sind die da und hier wir haben ja auch kaum noch Leben gehabt aber naja naja hast keine Ahnung da steht jetzt 92 2 90 2 Oh das sind wir die grauen oder die blau ja das heißt eigentlich unser es der blaue Ball hier ist keine Ahnung da unten steht wir sind 67 76 Zweiter 74 Zweiter Oh wir haben schon 200 Punkte nein da wollte ich doch gar nicht ein ach fix mich alle mal was heißt das ist da unten 65 Zweiter 2 2 2 2 2 2 so was ist hier los das spielt alle das spielt oh es ruckelt ein wenig auch von der gräuch und jetzt hört man das wahrscheinlich so ein bisschen ach schade warum hat er jetzt 2 mal nachgeladen ich verstehe 2 nicht aber naja YOLO aber ich meine wir haben schon betrachtlichen Vorsprung jetzt sag ich mal gegenüber den anderen aus unserem Team da Verteidigungen gegen das rote Team sind wir einfach schaust und halt dann bei 5 und 41 364 alle und angriffen sind das voll genug und ich habe einen kill warum und warum die 16 ich weiß es nicht ein unkönnes Rätsel voran das dürfen wir nicht in die Statistik aufnüssen wir haben 16 16 0 und die anderen haben 49 38 0 ja da müssen wir noch was schau ich warte noch andere töte mal die anderen sich noch einmal machen ich mag ja pirotisch aber nicht jetzt nicht hier ja wenn ich zu einer Horde von Gegnern kommen ja dann mach so lange die andere war für die Hand na so sieht es ja jeder stimmt ich weiß nicht wie ich sterbe ich habe 1.800 Euro lebt einfach Bruch der bleibt ja auch stehen da wägt du dich am besten oder ne ich glaube ich bin sehr schwer nachher das weg oder ich weiß nicht was nicht eigentlich habe ich es nicht genutzt die rufen wird aber was war er jetzt los hier an wir jetzt verhung wir verlieren oder sind es wir oder sind die anderen ich weiß nicht bei der graue holen soll ich die grauen zuordnen ich denke mal der blaue gehört unser Verformen wir haben nicht gut gemacht ob ich sind echt am sterben ich glaube er kann man da steht auch ein Typ der die wird die ja 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 ich kann aber momentan nicht eingreifen und die Omo jetzt wird spannend komm macht ihn doch einfach macht ihn doch einfach platt alle geschießt auf das Teil auf den Spawner von den Frau Rundin die in der Garten und ich darf nicht eingreifen was für eine Scheiße alle denke danke ach schade weg hey warum ich schrieb bis zu unserer Seite bis jetzt viel schneller hey wo sind die alle hinten guck also die anderen sterben jetzt da bleibe ich jetzt mal hier weil es gleich vorbei ist ach nee komm noch mal in den Kampf wir haben so viele Geschütze zerstört und wir haben keinen einzigen von uns zerstört aber trotzdem verlieren wir nicht da reiten haben hier durchschnittlich muss am besten auch wenn ich hier da so ich bewegen das schon besser da wurde der Brote noch mehr ich glaube es war aber nicht wegen dir doch neben darum die Leiste war schon ganz leer ich hatte den letzten Schuss gemacht und schiffen von der Punkt die anderen sind auch noch da gewesen ja bei der Top-Spieler insgesamt die TNP immer Top-Spieler insgesamt das war lustig da hat sie am Ende noch mal Glück und sich da rechtzeitig kommen wir sind hier und sich da in die Kirche waren also hat sich richtig Glück das ist hier noch am Ende bin mit 817 Punkte am Ende doch noch erster geworden äh warte stopp 1 und 3 nehmen wir ja oh man Spielzeughammer ja ganz toll wieso hast du es jetzt schon eingesetzt? wie ist es denn schon ein bisschen gewartet? ich habe nichts eingesetzt aber auch das war drauf gedrückt auf den Coin meine ich ja das geht von automatisch nach einer Zeit nein bevor du auf den Coin gedrückt hättest hätten wir noch mal ich habe nichts gedrückt das war von alleine nein der Coin da oben du hast du aus aber das war glaube ich wegen dem weil wenn du erster beim Hero Mode ist wofür ist der gut? das wusste ich nicht eine Nahkampfwaffe das ist ein Gesetz nee doch wir hätten sowieso nur einen Tag egal das ist nicht wie hier dass man es erst verwenden muss ja dann tu es rein egal mach einfach wir haben es in der nächsten Folge das heißt in der nächsten Folge leider ohne Spielzeughammer oder wir könnten theoretisch engst noch einigen machen nee das passt nicht mehr also wir sagen bis zur nächsten Folge dann nicht mit dem Hero Mode und nicht mit dem Spielzeughammer nein wir sagen bis zum nächsten Mal eure Jungs von SITO LP bis dann ciao